untersuche den wohnwagen das machen wir auch noch zum glück haben wir haben wir die möglichkeit zum schnell reisen wir können wir schon hier ein paar stinks haben tatsächlich auch mal was hier lassen und zwar ein bisschen das inventar mal ein bisschen lehrer lehren top of so ich glaube das hat mir noch nicht angehört so erkennungsmarke zum beispiel des schießpulver brauche ich jetzt unbedingt nicht unbedingt das haben angehört das kann hier bleiben hundefutter wo ich ganz gerne münze im insta püree nämlich lasse ich auch mal mit dem helm gucken wir uns gleich mal anders den können ja vielleicht anziehen lassen wir hier erst können wir lassen die zähne lassen hier das lassen wir hier metallrüstung arm und abgedunkelt cool gucken wir uns auch noch an noch nicht jetzt aber gucken wir uns definitiv noch an so lasse lassen wir hier ist ganz gerne mitnehmen die schaltplatte lassen wir hier das lassen wir hier das wollte ich anziehen tatsächlich und davon dass wir mal hier so gehen wir mal hierhin die können wir gar nicht anziehen oder wie warum nicht du hast nicht die stufe um diesen stufe 50 ja cool okay das ist das ausgedunkelt dann bleibt das für später danke aber hey cool schön wir können mal ganz kurz bei schrott reingucken da kann man sagen mal ein bisschen leer machen ne jo habe ich jetzt so warte mal die haarklammern wo waren die haarklammern drin ach ja okay ob sie ihr keller schlüssel der ist cool die kümmern kann man da nicht weg machen wir haben 118 waren sich das und das geht auch nicht vielleicht kann man es ja mal wegwerfen oder irgendwas der gleiche essen und trinken da wäre wahrscheinlich einiges haben auch bereits das wasser wasser was kann man hier lassen ob wir gleich mal ganz kurz irgendwie kochen können um wir haben ja hier ein bisschen kleidung den helm wollte ich mir tatsächlich anziehen oder auch nicht so rüstung aber warum haben wir denn zu viel und gegen granaten und ich finde die molotovs oder okay warum wir haben mich hier super viel bei uns ja das ist richtig wir sind alles was wir haben wir haben gerade alles durchgeguckt warum haben wir so viel haben wir so viel so 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 das andere würde ich ganz gerne dass man auch mal hier ist brauchen wir jetzt noch nicht können wir schon irgendwann später mal gebrauchen gut kommen wir hier haben darf und kann reinigen ich glaube da haben wir ein bisschen platz schruttparton können wir reinlegen die ziehen halt alle nicht so viel platz tatsächlich weile brauchen war die 308 38 ich glaube die die brauchen wir gerade nicht die 45 brauchen wir gerade nicht aber patronen ziehen halt kaum was am platz so tatsächlich also da bin ich eigentlich super entspannt was das angeht vielleicht können das ja auch die pfeile sein wir haben ja fast 400 davon also so feile ja gut die haben uns jetzt die haben jetzt tatsächlich ein bisschen platz weggenommen zehn stück elf stück aber was kannst du noch sein gut ich könnte auch mal sagen dass ich eigentlich den pack würde ich ganz gerne behalten ich würde schon ganz gerne behalten tatsächlich aber ich kann erst mal weg machen die brauchen erstmal nicht wo waren die brauchst du nicht für munition ist die frage automatisch ist mir klar zelle 0 ach das ist so eine ok ein bisschen nackern wer ganz cool ja das war glaube ich war das die hier ich glaube 45 er hat eingepackt die war das ne die 38 was brauche ich noch die 38 hierfür brauche ich die 10 mm feile 308 und 308 gut dann können wir eigentlich noch mal auf munition sondern die nicht die welche waren das jetzt das habe ich schon vergessen wappen die 38 wovon wird 38 merken 38 die hier super oder auch nicht super ok wir haben auch schon wieder mal du hast ja natürlich öffne das was haben wir da drin das sieht echt das sieht gut aus gefällt mir was haben wir unter gold was ist ein unverheirateter wollt auch sehr unwiderstehlich hat schon mal gelacht was ein mist ok aber die anderen karten interessieren mich ok war so ein schleicherangriff mit nahkampfwaffen beursachen 10% mehr schleicherangriffsschaden cool du erhältst beim sprint 15 mehr schaden und energie ist cool du bist beim sprint 20% erziehungspunkte keine power rüstung nämlich gerne mit ich renne ja so gerne nehmen wir auch mit kann man nicht mal rein machen auch wenn wir es nicht wirklich brauchen aber hey wir haben unsere erste karte level zwei sehr wir haben doch gelernt dass die mehrere karten übereinander stapeln können aber warum kann ich die denn nicht aufleveln ich meine davon habe ich auch theoretisch zwei sogar drei also erst habe ich auch zwei wieso kann ich das nicht alles nicht level was habe ich was ist das okay ich habe irgendwas kaputt gemacht das hätte ich vielleicht nicht machen sollen aber jetzt ist das nun dementsprechend so ok die achten granate reise apotheke chance und das team pecs wegen let's go nämlich davon habe ich nichts mehr ich weiß gar nicht wenn man jetzt hier drin ich meine wenn es so ist dann machen wir das haben wir schon drin ich kann uns bereits ausgerüstet ach so aber schon ja cool ok das haben wir natürlich mehr vielleicht können wir irgendwann mehr platz mitnehmen vielleicht gibt es davon auch eine skill karte was ich ziemlich feiern würde tatsächlich aber naja so bevor wir jetzt hier irgendwo hingehen wir machen da man schnell sind ich bin mal ganz kurz drei fünf minuten weg bin gleich wieder am start dann geht es weiter mit vor ort 76 ich beeile mich ja bis gleich ich sterbe jetzt nicht ein ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jupp, okay. Dann habe ich da wieder was für Ticke-Tocke. Naja, ist das okay. Hätte ich mir auch denken können. Ich hätte noch ein paar Sekunden länger warten sollen. So, da ist dieser Haufen Metallschrott. Boah, jo, der gab viel. Der gab reichlich. Danke. Super, jetzt gehen wir mal rüber und machen mal die Aufgabe fertig. Wo haben wir ihn denn? Hier. Super. Sollen wir noch da hin? Das heißt, wenn ich auch hier und da rüber laufe... Nee, guck mal, wenn ich da an hier und da ist auch viel kürzer. So. So was kann auch nur mir passieren, oder? Okay, ich mache jetzt mal ein NRG auf. Ich spät haben wir es eigentlich. 21. Okay, nice. Okay. Der Mensch bekommt vom Wasser. Ach nee, hier. Das ist nicht hier, okay. Lauf ich richtig? Muss. Da so hin. Äh. Oh Gott, schau raus da wieder. Was ist das radioaktiv? Das ist nicht so cool. Okay, wo soll jetzt hier das Flugzeug sein? Liga, du hast gerade eine volle... Alter! Also manchmal verstehe ich das mit dem Treffen noch nicht so ganz in dem Spiel. Ich bin drauf, aber er trifft nicht. Finde ich schade. So, komm, du gibst jetzt bitte Ruhe. Du bist jetzt... Du bleibst jetzt bitte ruhig und ich gehe jetzt einfach weiter, okay? Klingt das nach einem Plan? Ja, ich hoffe doch. So, warte mal. Das soll da oben sein. Wie komme ich denn jetzt... Schon wieder am Berg hochklettern? Ja, gefällt mir jetzt nicht so, wenn du mich fragst. Naja. Ach ja, ist das schön. 95 Meter auf dem Berg da oben. Ähm, ich hätte doch oben bleiben sollen. Ich hoffe, ich komme hier hoch ohne Probleme. Ich meine, das wäre sehr entspannt. Ich hätte damit auch weniger ein Problem. Vielleicht gibt es hier auch einfach eine Leiter, wo ich besser hochkomme. Aber hier scheint es auch, als würde ich da hochklettern können, oder? Oder auch nicht. Werden wir gleich... ...herausfinden, tatsächlich. Ich denke nicht, dass ich so da hochkomme. Und hier... ...cheint es auch nicht. Okay. Das ist doof. Warte mal, komme ich jetzt hier irgendwie hoch? Nein. Okay, wie komme ich sonst hier hoch? Das ist jetzt doof. Das ist ja jetzt doof. Jetzt muss ich ganz viel wieder aus... Alter. Das mit dem Rennen in dem Spiel, das ist ein bisschen nervig. Aber jedes Mal abbricht, sobald ich mich einmal bewegen will. Der rennt wirklich nur geradeaus. Mehr macht der nicht. Ähm, naja. Äh, Top of the World Radio. Wir können ja auch theoretisch mal an dem Radio-Gedöns reinhören. Ich brauche Hilfe. Damit wir... Sie glauben, dass Sie... Freue mich, Sie kennenzulernen. Okay. An alle. Hier spricht... Rose. Wenn ihr mich hören könnt. Nach Top of the World. Pleasant Valley. Ich brauche Hilfe. Damit wir... Okay, ich glaube, das Signal ist gerade tatsächlich doch ganz verschwunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier... Die wir schon... Äh, an sich helfen. Also hier. Oder ob das ganz woanders ist. Ich meine, wir haben hier unten auch noch... Ich weiß nicht, ob das eine der täglichen Aufgaben sind, die wir ja theoretisch machen können. Aber... Ja, hier sind noch welche. Ja, das... Äh, ja. Es sind Orks hier. Orks must die. Also das mit den Skopen, das verstehe ich tatsächlich noch nicht ganz. Aber ist okay. Ich bin noch drauf. Warum schießt der um, treffe ich nicht. Aber warum ist wieder einer denn... Ein Boss. Er trifft mich ja ganz gut. Ach du. Äh, warte mal. Ich glaube, Pfeil ist cooler. Äh, warte mal. Da fühle ich gerade nicht so, du. Kannst du bitte mal aufhören? Hörst du mal bitte auf? Hallo. Aufhören, danke. Danke, freundlich von dir. Du dich nur verstecken, kleiner Wüstfink. Eigentlich nicht, du. Ich will mich gar nicht verstecken. Nicht vor euch. Ihr seid jetzt echt harmlos. Ach, du bist auch schon tot. Was wäre da unten? Der Boss ist jetzt eigentlich schon tot, oder? Ja, bitte. Du bist jetzt nicht gespannt. Ich probiere dich nicht aufhören. Abs Cap Zeit.